Und dann um 14 Uhr aufstehen, um 13 Uhr. Musst du? Ja, ich fahre noch kurz in die Stadt. Und her. Ist der scheiße gelaufen da. Okay. Wie lange wollt ihr denn Rainbow streamen? Eine Stunde oder zwei? Weiß ich nicht. Mir macht's beim Messer 1 Uhr. So, ich lade Nathan ein. Mal. Und dann... Willst du jetzt schon anfangen, Ingmar, oder? Ingmar? 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 Ja. Ja. Ach. Ich höre dir nicht. Wenn er nicht ja sagt. Halb, äh. Meine Einladung angenommen, Nathan. Ja. Was? Ingmar? Ingmar hat Internetprobleme, wette. Du? Hallo. Ingmar, man versteht dich ganz schlecht. Ja. Würde ich auch mal machen. Ingmar? Hallo? Höre ich? Hallo, ja. Hörst du mich jetzt? Ja. Du leckst ein bisschen. Ich geh auch noch mal im draus. Disconnected. Connected. Channel switched. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. 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 Was? Ach, ich muss Steam anhaben für WM6. Das ist doch auf der Arsche. Ich muss echt Steam für WM6 anhaben. So. Dann starten wir jetzt nochmal. Komisch bei dir, Nathan. Höre ich mich sofort immer, ne? Ja. Nathan, ich höre das total. Okay. Aber warum muss ich denn dafür Steam anhaben? Ich weiß es auch nicht. Frag mich nicht. Wieso wir Steam dafür anhaben müssen? Ne, ich nicht. Ich brauch das nicht. Ich muss es anhaben. Hast du es über Steam gekauft? Ja. Achso. Ja, ich habe es über Steam mit dem Burger gekauft. Ja, ich habe es über Steam, weil ich Steam Guthaben hatte, ne? Ingen der Waffe. Hörst du mich denn jetzt besser? Jetzt höre ich dich wieder besser. Oh, okay. War irgendwie... Vielleicht kann man nicht, ähm... Steam und... Vielleicht ist es zu doll Internet bei mir. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich mal echt gespannt, weil, wie gesagt, ich habe es noch nie im Multiplayer gezockt. Ich habe es immer nur halt alleine und dann war es natürlich einfach. Multiplayer ist echt schwieriger. Das muss man so zu sagen. Aber es ist echt schon anstrengender. So, Irgendwann muss ich mich nochmal einladen. Ein Problem. So, ich bin in dem Trupp. Super, dann können wir starten. Ich bin ja schon wieder abgehakt. Was kann da jetzt auch an mir liegen, wobei meine Internetverbindung geht im Moment. Nathan, redet du mal? Ja, hallo. Nathan geht. Komisch. Ich bin doch immer noch abgehakt. Ja, aber nur du. Nathan geht komplett. Ja, ist das vielleicht. Was? Was ist? Oder vielleicht einer von euch, der mich einladen. Das kann ja nicht am Spiel liegen jetzt, oder? Also, am Einladen. Tim ist aber auch ganz verzerrt. Komisch. Bei Nathan zum Beispiel, wenn Nathan redet, ist alles gut. Ja. Bis wir einen Gegner haben. Noch. Also, die Gegner müssen erstmal noch jemanden haben. Aber wir sind schon vollzählig. Ja. Ja. Solange man ihn mal noch hört, ist alles gut. Also, das ist alles gut. Daaa Jawohl Ach und Ingo, du kannst die Geisel hier auch, also da musst du aufpassen Oh, ich hab noch keinen Boah, Nathan, was hast du für ne Tippmaus, eh? Ja, ich hab dich an Na, wieso lad ich denn noch, was denn da los Was denn Oh, ich hab die Geisel gefunden Geile Positionen helfen Ja, ne? Die merken das so nicht mal Mal schauen, ob sie es noch merken Oder nicht Ich glaub, da checken die nicht mehr Nein, weil dein Sound ist aber auch übel Sound, eh Mein Sound ist laut Rad Ja, bisschen Bisschen mehr als sonst Muss ich gleich mal gucken Vielleicht hat sich mein Mikrofon Peril umgestellt Wann mach ich guck das mal eben Ja, hat sich Jo, ich springe oben auf, ne? So, ist mein Sound wieder besser? Ich glaub, jetzt ist der besser, oder? Leute? Hallo? Ja, hallo Ja, hallo Ist besser? Irgendwann passt auf, da stand gerade einer Mal schauen Hä? Wie vor hat der mich getötet? Fuck Ich bin tot Das gibt's doch nicht Wieso bin ich denn jetzt tot, eh? Ich auch Gibt's doch nicht Ich weiß nicht Wie ich gestorben bin, von wo der mich geholt hat Ja doch, ich wurde von der Seite irgendwie Richtig Richtig kacke, eh Ganz komisch, eh Ist mein Sound wieder besser? Aber mein Pegel hat sich hier heruntergestellt Dein Pegel? Aber er hat mich spult jetzt richtig hochgedreht, mein Dings Und bei mir ist wieder okay? Ja, bei dir ist okay, alles okay Bei mir jetzt auch Ja, bei dir hört man nur, dass du dich laufgedreht hast Ja, ich glaub mein Pegel hat sich heruntergestellt Ja, vielleicht ist das so ein Spiel, wo sich der Sound wieder alles umändert Ist es wahrscheinlich Aber jetzt weiß ich auch nicht, von wo ich getötet wurde Ich war auf dem Dach, ich verstehe nicht, wie du mich geholt hast Ich glaub ich hab auch zu lange gezögert Ich wurde von der Seite irgendwie erschossen Aber ich kann das Spiel auch noch nicht so, dass ich sage, ich kann das Wobei, einmal hab ich einen Ace gemacht Da hab ich alle geholt Ja, das Spiel ist auch nicht leicht, das ist Naja, das ist ja das Problem, man Manche drin Gerade wenn man die Maps noch nicht so kennt Genau Ich kenn die gar nicht, ich kannte die jetzt überhaupt nicht Ja, ich kenn auch die Maps noch nicht Die kannte ich auch noch nicht Muss ich ehrlich gesagt dazu sagen Die hatte ich noch nie gespielt Also die hat mir gar nichts gesagt Aber jetzt müssen wir sichern, okay Ja Du hast jetzt auf G immer irgendwas, was du machen kannst Ach, wir sind an der gleichen Stelle wie die Das ist echt ein bisschen eine Stelle Mit F-Kampier Äh Mit F-Kampier Mit F-Kampier Versteckte Wände Baume Da ist es Es bleiben noch 10 Sekunden 5 Sekunden Begegnert Sichtkontakt zur Eisen Zugangssperre Einsatz bereit Abschluss Gut Gut Manche dieser Drohnen Verstecken sich zwischen den Beinen der Geisel Kann man nämlich auch Das ist da nicht Ja stimmt Ja klar Und dann brauchst du, kannst du ja nicht umbringen Hier kommt Schild ist da 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 Echt? Ich bewaffne Böre hier die Tür Schild ist da Drei Drei Schild ist da Schild ist da Ja habe ich gesehen der wichser alter das war jetzt komisch wie schnell man da ist aber gut gesichert das muss man dazu sagen wer denn ja ich hätte mir es locker geschafft war jetzt so ein bänner im team wird mir meine position geklaut ich habe mir die extra aufgebaut genau das ist voll assi ne ja ich habe mir das extra aufgebaut und dann geht er da einfach hin ich hatte auch ein heute mal wo ich das noch mal getestet habe der hat sich in meiner position vor mich hingestellt und ich hab dir noch so gesagt du wirst abgeknallt was ist wird abgeknallt weil er sich nämlich nicht deckung gesucht hatte ich hatte dem im platz mit der deckung er nicht er hat sich nur vor mich gestellt haben wir haben auch ein schild nächsten geil ja ich spiele das so zum ersten mal habe ich mir den heute gekauft ich habe noch